Hallo, mein Name ist Vera und das ist Chiara. Wir sind Lernende bei der Neoperl AG als Kauffrau EFZ. Wir nehmen Sie heute mit bei unserem Berufsalltag. Um uns Lehrlinge für später auf das Berufsleben zu vorbereiten, durchlaufen wir verschiedene Abteilungen wie z.B. der Verkauf, das Marketing oder die Disposition. Unsere Haupttätigkeiten sind am PCC, Telefons abnehmen, Mails bearbeiten und an Sitzungen teilnehmen. Als Lernende bei Neoperl bekommen wir auch Freiräume, um auch eigenverantwortlich an Projekten und Themen arbeiten zu können. Wenn ich dann doch mal nicht weiterkomme, kann ich mir Hilfe holen. Durch das familiäre Unfall und Grossraumbüro ist der Weg kurz und man kann immer Unterstützung holen. Ich finde es super, als festen Bestandteil vom Team Verantwortung zu übernehmen, in verschiedenen Projekten mitarbeiten zu dürfen und diese bis zu der Fertigstellung zu begleiten. Mein Flowmoment ist es, wenn ich meine Mails abarbeite und mein erstes Erfolgserlebnis vom Tag erreicht habe. Wenn du teamfähig, kommunikativ bist und gerne am PC schaffst, würde ich dir die Lehre empfehlen. Willst du deinen Flowmoment finden, dann bewerbe dich jetzt bei uns bei Neoperl AG. Bewerbe dich nun. Vielen Dank.